Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Justin Weck and the Big Time Hack. Ja, in der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben und haben uns hier die wundervollen Poster alle angeguckt. Und dann haben wir ja gesagt, dass wir jetzt in dieser Folge mal damit beginnen werden, mit Mike, dem Türsteher zu sprechen. Das werden wir auch direkt mal tun. Ja, du hast ja nicht wirklich nachgesehen, ne? Das ist nicht der Urmensch, den wir suchen. Sehr gut, der alte Jedi-Trick. Weitergehen. Move along. Move up. Hey, nice try, buddy. Oh, wait a minute. That apron. You wouldn't happen to be the new waiter, would you? Ja, natürlich. I'm gonna say yes. Ah, why didn't you say so? I'm Mike the Bouncer. Hi, Mike the Bouncer. Mate, ich denke, du bist zu late. Du bist besser, dass du hier in den Weg rauskriegst. Let's hope, dass Bea nicht erinnern hat. Voll am Grinsen. Der Typ ist cool. Okay, was haben wir denn hier alles? Achso, wir können ja, genau. Klauen wir direkt mal ein Bier. Hier war jetzt, doch, da ist noch was. Das sagt er jetzt bei allen, ja. Aber die schnappt er dann natürlich. War ja klar. Okay, reden wir erstmal mit dem hier. Hi, Freund. I'm Clute. Hi, Clute. I'm Drake. You must be the waiter, right? Any sign of that chicken? Hey, I promise to have a look. Okay, was hat es mit dem Superhelden-Outfit auf sich? Was ist mit dem Superhelden-Outfit? Well, there's this convention in the hotel, a couple of streets from here. I'm going as Pupman. I just stopped by for some food first. A couple of hours ago. Ähm, okay. Wir sehen uns. See you around, Drake. If I don't starve to death first. Ja, vielleicht sollten wir mal dafür sorgen, dass der arme Kel was zu essen bekommt. If this is watching television, I've got to say, it's kind of overrated. Hm, versuchen wir mal. There's no batteries in the remote. Ja, natürlich. Der alte Trick mit den Batterien in der Firma, die nun... Okay, da können wir jetzt so nichts mehr machen. Was haben wir denn hier? Nimm mal einfach das Mundstück weg. Keine Sorge. Okay. Können wir die auch nehmen? That's an expensive looking guitar behind you. You got that, right? It's also the first prize in the Air Guitar Contest. Nice. Okay. Kann ich denn da irgendwie mitmachen? Hi, friend. I'm Clute. Ah, the new waiter. I'm Reginald. Then I'm going to call you Cayman. Okay. Okay. Ich würde mich gerne für den Luftgitarrenwettbewerb anmelden. I'd like to sign up for that Air Guitar Contest. So you think you've got what it takes, sir? Hey, if it's anything like dancing, I'm your caveman. Dancing? Pff. You should know that I don't suffer fools on my stage. You've got a master all three guitar styles in order to have a chance of the prize. All three, huh? Yep. Chugging, blues and tapping. The whole enchilada. Hey, I've got this. I guess we'll see, won't we? I will make a public announcement when it's time for the competition. Okay. Ein Plakat draußen erwähnte etwas von einem Poetry Slam. A poster outside mentioned something about a Poetry Slam. Oh, so you're a poet now, huh? Let's hear some poetry then. Well... Ja. So... Yeah, that's what I thought, Hotshot. Anyway, the Poetry Slam isn't going down until way later. It's like the last act, if memory serves. Okay, wir sehen uns. Okay, see you around. Hmm. Hey, I think I just saw B over by the bar. You better come up with a good excuse for being late, waiter. Hörst du wie? Welch jetzt zu spät kommen? Okay, dann sprechen wir mal mit ihr. Oh. So, you're the new waiter, I take it. Well, hi friend, I'm Clute. Well, you're all so late. Tut mir leid, ich bin mit dem Zeitportal durcheinander gekommen. Okay, aber das ist ja auch egal. Hast du noch nichts von dem großen Plan der Dinge gehört? Ich könnte jetzt wirklich einen Drink gebrauchen. Ähm, ja, ich bin mit dem Zeitportal durcheinander gekommen. Sorry, ich bin mit dem Zeitportal durcheinander gekommen. Oh, ich sehe. Ja, das ist, wie ich in diesem Weltkrieg endete. Which, by the way, is way better than where I came from. I mean, there's not a dino in sight, right? Right. So, I take it you're offering me a career in this fine establishment? If you want to call it that. Wow, I've got myself a job. Introducing Clute. Man about town. Welcome to Squids. See the guy with the superhero costume over there? Ich hab den Namen vergessen, aber ich kenn ihn. He's not some undercover robotic agent, is he? Hm? I don't know about all that, but I know he's been waiting for his food for about an hour or so. No worries, I've got this. Oh yeah, I almost forgot. You better put some salt on it first. Chef didn't salt it? Oh, I don't know how salty to touch this stuff. He over-salt's everything. It's like his taste buds are immune to it. Okay, können wir jetzt trotzdem nochmal mit dir sprechen? What's happening, boss? Not much. Talk to you later, boss. Mhm. Offenbar nicht. Na gut. Käseglocke, da können wir aber auch nochmal. Äh... Tuch und... Gitarrenpedal, der ist eigentlich nicht dafür da... Achso, Moment, ich hab doch ne Schere. Got one. Sehr schön. Ich hab zwar keine Ahnung, wofür das ist. So, damit's keinem auffällt. Da können wir jetzt... Oh, jetzt bin ich hier im anderen Bildschirm und komm grad nicht mehr rein. Doch jetzt. Äh, da können wir jetzt nicht weiter, so wie es aussieht. Die Frage ist jetzt, sollen wir das Essen behalten oder sollen wir ihm das geben? Ich sollte wahrscheinlich ein bisschen Salz auf ihn nehmen. Achso, ja, 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 ja. Entschuldigung, Entschuldigung. Ups. Okay, das könnte nur ein bisschen zu viel Salz sein sein. Wir probieren's trotzdem mal. Sorry for the delay, Popman. Okay, okay, okay. Du solltest vielleicht erst mal einen Schluck von deinem Drink nehmen. Du möchtest erst mal einen Schluck von deinem Drink nehmen. Okay, 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 okay. Wenn du insist. Okay, okay, okay. Ups, ja, das hab ich auch gerade gedacht. Nachdem der Krankenwagen weg war. And worst of all, the paramedics told me that if only he'd had some drink left in that bottle before swallowing all that salt, he probably would have been fine. That's... that's too bad. Yep, too bad. Anyway, of course I'm going to have to fire Salty for this. Oh, are you sure he's to blame for this, though? Oh yeah, these are typical salty shenanigans. Sad, though. I know how hard he tried to stay clean this time. Ähm, tja, weißt du, es ist, wie es ist. Ähm. Oder sollen wir ehrlich sein? Ich weiß nicht. Also, äh. Ja, es ist, wie es ist. Ja, well, you know, it is what it is. Yep. I guess that about sums it up. Hey, while I deliver the bad news to Salty, why don't you clean up the place a bit? And don't forget to take out the rubbish. Einen Rausschmiss später. Typical youngsters tossing out perfectly good food. Ja, ähm, Mülleimer, Bananenschalen, die können wir immer noch nicht nehmen, oder? Nah, ich bin nicht für das wieder. Ja, schade. Es gibt keine Tape, oder? Oh, aber wir haben doch, äh, eine Kassette. Yeah. Okay, das ist die Bluze, genau da. Sit zurück und lernen, Kind. Ah, cool. Hm. I see. It's kind of slow and soulful. And it seems your lips must be shaped like the letter O. Yeah. Yeah, that's how it's done. Ja, cool. Können wir jetzt auch... Können wir dir die Bluze wieder zeigen? Nein, 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 danke. Ich glaube, ich hab's jetzt... Ich hab jetzt nur gedacht, dass wir die Kassette wieder zurückbekommen, aber anscheinend kriegen wir die nicht zurück. Später, Kellner, das war alles, was wir schon hatten, okay, dann reden wir nochmal mit ihm. So, du bist der neue Kassette, oder? Well. Sie haben mich gefangen, wenn du das glaubst. Ja, du bist ziemlich traurig wegen deines Jobs, was? Ja, äh, war nett mit dir zum Beispiel. So, Plaudern, Sally, äh, Salty. Nice chatting to you, Salty. See you around, kid. By the way, you should pay more attention to your recycling habits. I'm sure you tossed away something useful in that rubbish bin. Jetzt probieren wir das noch mal. Können wir das noch mal nehmen? Maybe later, waiter. Ja, okay. Also, dann gucken wir jetzt aber nochmal im Mülleimer. Ja, in dem Fall, äh, sollte was Nützliches bei sein. Hm. Hat er zumindest behauptet. All I found in there was that chicken bone that the superhero guy spat out. Okay. Ob der uns was bringt, weiß ich nicht. Aber gut. Äh, ich denke mal, dass wir irgendwas zusammenbasteln müssen. Übrigens, ich hab dem jetzt nur da reingeritten. Das wollte ich eben noch gesagt haben. Weil ich ein bisschen Angst hatte, dass wir dann hier rausfliegen und nichts mehr machen dürfen. Und ich weiß ja halt nicht, wie das hier weitergeht jetzt. So, dann würde ich sagen, dass wir da nochmal hingehen. Ähm. Ich würde gerne für den Air-Guitar-Kontest anbieten. Also, du denkst, du hast was es braucht, Sir? Hey, wenn es irgendwas wie Danzen ist, bin ich dein Kaffee. Danzen? Du solltest wissen, dass ich nicht verrät auf meinem Stad. Du hast, dass alle drei Guitart-Kontest anbieten, um eine Chance auf den Preis zu haben. All drei, ja? Yep. Jogging, blues und tapping. Die ganze Enchilada. Hey, ich habe das. Ich denke, wir sehen, nicht? Ich werde einen öffentlichen Anbieter machen, wenn es Zeit für die competition ist. Ah, Moment. Okay, bis zum nächsten Mal. Kann das sein, dass der uns eventuell die anderen Stile auch gezeigt hätte? Oh, äh, ich gehe einfach raus auf einen Erdung. Ich werde zurück, so. Mann, über die Stadt und all das, hm? Hey, du gehst, mach dein Ding, Kloot. Okay. Ähm. Gucken wir mal. Ne, das ist wieder der Blues, dann. Hm. Dann. Ah! Wo sind wir denn jetzt? Das ist gut. Das ist gut. Just kick him back with my buddy, the pug. Wow, what is that? I love that sound. Thanks a lot, dude. You really ought to know better than to break up a dude's riffage like that. Now my string is all kaput-like. Riffage, eh? Well, chugging, really. Chugging? Ja. Right. Hmm, could you show me some more of this chugging business? Well, since I like you're here and this whole animalistic kind of vibe you've got going there. Sure, I'll teach you the art of chugging. As soon as I can get a new string for this old fiddle. Okay, I'll see what I can do. Das ist kein Problem. Wir haben eine Klavierseite. Hey, chugging Ola, try this. Hmm, that's a crazy heavy gauge string right there. Heavy as in good heavy? Well, let's find out. Oh yeah! Yeah. This is like a new level of heaviness right there. Thanks, dude. Hmm. I think I'm getting the hang of this chugging business. Heavy, rhythmic and repetitive. Yeah, but the sound is just half of it. A good chug is just as much about the expression on your face. You got to give it a good skull, you know. Skull, huh? Let me try that. Okay, perfect. Jetzt müssen wir nur noch jemanden finden, der uns das letzte zeigen kann. Da können wir immer noch nicht rein. Hier kann man nicht weiter auf der Seite, ne? Achso, das ist der Funthouse-Typ. Moment, welcher war das jetzt? Doch, genau der. Was war denn jetzt hier mit dem Fernseher? Ja, eine Fernbedienung habe ich, aber ich habe keine Batterien. Ich weiß. Aber vielleicht... Äh, was ist das? Ne, die konnten wir nicht nehmen, ne? Ähm, vielleicht können wir Batterien bei ihm kriegen. Allerdings haben wir immer noch kein Geld. Ähm... Na, warum anscheinend nicht. Ah, Moment. A cool looking guitar pedal. Hey, there's batteries in it. Ja! Das habe ich gehofft. Ähm, achso genau, Mundstück kann man noch die Batterien damit verbinden. Watch out town. The sheriff just got some bullets in his six shooter. Perfekt. Okay, vielleicht kriegen wir das jetzt hin, dass wir hier drüber jetzt noch das letzte angucken können. Let's have a look at this Van Halen live without a fret thingy. Das hört sich gut an. Wow! Dieser Van Halen-Dude schützt mit beiden Händen auf dem Fretboard. Und es scheint, es braucht, dass sich eines der Mund offen offen zu halten, während er es tut. Cool. Ich glaube, ich habe das Tapping-Thinge jetzt. Musste der das jetzt gerade machen, als ich einen Schluck getrunken habe? Oh je. Okay, also wir haben in der Zwischenzeit. Alright, B. Time for the big ear guitar competition. Oh, that thing? Just try and be a little more respectful to the participants this time, Reg. Hey, as long as they don't embarrass themselves on my stage, my stage is no place for riffraff. What the fuck? What do you guys do? Oh, that was just a ruse to lure you out of your domichile. And now that the cat is out of the bag, I know you are somehow connected to on of time travelers. Tell me everything you know or I shall disintegrate you on the spot. Whoa. That's right, I'm ruthless baby. So, were they both in cahoots from the start, as the caveman tried to make contact? Tell me now or suffer the consequences. Silence, eh? Look, Stobart, I don't know what you're talking about. Well, luckily for you, you might still be valuable as bait for the caveman. Gee, I can't wait. So while you might be off the hook for now, know this. I'll be keeping a close eye on this town. Expect me in the shadows, lurking and scheming, until suddenly I shall emerge. To great dramatic effect. And so on. Yeah, I don't think the poetry slam is due for another two acts or so. Okay, ich hoffe mal, dass der jetzt weg ist, wenn ich da hingehe. Kann man da... Ah, nee, das war der Briefkastenschlitz. So, mal gucken. Okay. Thank you. Thank you. Hey, look who just walked through the door, ladies and gentlemen. I present to you a new ear guitar contender. Give it up for... The Cayman! I know, I know. He sure isn't much to look at, but let's give him a chance, folks. Runde 1 Ja, der bewegt sich ja gar nicht. Achso. Scheiße, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Mund offen, das war das andere. Und dein Mund im Buchstaben O formen, was? Das ist so soulvoll, dass du deine Mütze wie das O schausten kannst, wie das O schaust. Something like this. Sieht mir irgendwie komisch. Aber lasst uns den Menschenverdikt hören. Really? You like that, folks? Okay, okay. So far so good, Cayman. Runde 2 So, Tapping war ja das letzte, glaube ich, ne? Chugging war das hier, meine ich. Mit dem Namen bin ich mir jetzt nicht sicher, ehrlich gesagt. Äh, mit dem finsteren Blick auf jeden Fall. Das ist ein guter Schau. Something like this. Looked downright cheesy to me. Aber lasst uns den Menschenverdikt. Wie war's that, ne? Okay, okay. So, let's see if you've got the stamina to bring this home, Cayman. Runde 3 And finally, the last guitar style. No! It sounds like it would require a whole lot of hands to pull that off. Sounds like tapping to me. Which is so technically demanding that you've got to keep your mouth wide open. Something like this. Looked total cornball to me. But let's hear the people's verdict. Well, what do you know? We have a winner, ladies and gentlemen. Of course I knew it from the moment I laid eyes on him. I knew it from the moment I was going to be able to do it. Shout off! Vor allem technisch unmöglich. I've got to say, you were a lot less pathetic than I expected up there. Thanks. That means a lot coming from you. So what are you going to do with the expensive looking guitar, Cayman? Oh, I'll think of something. Well, enjoy and tell your friends about the Poetry Slam. It's going to be epic. Will do. Ja, und damit haben wir dann unser Ziel erreicht in dieser Folge. Oder zumindest das, was ich mir innerlich gesetzt hatte, nachdem ich dann hier von dem Wettbewerb gehört habe. Dann würde ich sagen, wir haben viel eingesammelt, womit wir zumindest jetzt augenscheinlich noch nicht wirklich was anfangen können. Wir machen hier erstmal eine kleine Pause, beziehungsweise einen kleinen Break und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.